So, das passiert schnell, dass man im Stress einfach die Türe öffnet und dann sind Fahrradfahrer da. Wir lernen natürlich in der Fahrschule, dass wir rausgucken sollen vorher, aber im Stress macht man es eben oft nicht. 20 Fahrradfahrer sterben im Jahr an Autotüren, 290 werden schwer verletzt und 2000 leicht verletzt, weil sie getürt wurden. Das kann man verhindern und zwar mit einem ganz einfachen Trick, den die Niederländer immer in der Fahrschule lernen, der ist da sogar Teil der Prüfung, der Fahrprüfung. Man nimmt die rechte Hand, immer die rechte Hand zum Öffnen der Autotüre, weil wenn man das tut, ihr seht, dann dreht sich automatisch der Oberkörper mit, man hat die Straße im Blick, man hat den Seitenspiegel im Blick und kann so sicher die Türe öffnen. Simpler Trick, kann man Fahrradfahrer mit Schützen rechte Hand nehmen. Ja. 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 Ja.